Wir sind Alisa und Judith und wir haben zusammen FeedBuddy's Hairwear gebrindet. Es gibt Menschen, die haben das Problem, da reiben die Oberschenkel aneinander im Sommer oder beim Sport und wir wollten halt einfach eine Lösung für uns persönlich haben und ja, wir haben die ersten nachhaltigen Oberschenkelstürken weltweit designt. Wir sind einfach so froh, dass das Produkt verstanden wird, dass es Sinn macht und jetzt auch noch ausgezeichnet wurde, darauf sind wir krass stolz einfach.